Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Montag, dem 11. Januar 2021. Kurzcheck, doch das stimmt. Und heute hört ihr die Geek Talk Daily 939. Es ist auch von meiner Seite auch ein gutes neues Jahr. Schönen Start in dieses neue Jahr. Ich glaube, das kann man gut jetzt noch wünschen, denn der eine oder andere, ich eingeschlossen, habe noch ein bisschen was im letzten Jahr verbracht und kann jetzt endlich abschliessen. Aber ja, es geht vorwärts. 10 Jahre, dann habe ich 10 Mal Mac App Store, 14 Jahre WhatsApp, Star, Google Podcasts, Lenovo, OnePassword und Huawei Watch Fit. Ich beginne gleich beim ersten 10-jährigen Jubiläum und das darf feiern der Mac App Store. Nachdem der iOS App Store zwei Jahre vorher, im 2008, auf den Markt gekommen ist, zog im Jahre 2011, genau gesagt am 6. Januar, der Mac App Store nach. Und da seht ihr, das ist ein Thema von Mitte letzter Woche, aber ich fand, das passt doch hier rein. Warum auch gleich nachher? Ein App Store, der nicht ganz so viel Erfolg hatte, wahrscheinlich, wenn man es vergleicht mit einem Store in iOS, wo ja Milliarden umgesetzt werden. Das sind ja perverse Zahlen, die da aktuell durchs Internet geissen und rumgereicht werden. Wir sehen es dann Ende Monat, wenn Apple wieder die Zahlen, die Quartalszahlen raushaut. Da dürfen wir gespannt sein, wie viele Apps oder wie viel Geld in Apps investiert wurden und Dienste generell. Dennoch auch hier schöne Zahlen. Ich glaube, das hätte sich der Windows Phone Store gewünscht innerhalb vom ersten Jahr. 100 Millionen Downloads und das ist natürlich auch eine beachtliche Zahl. Wobei man immer bedenken muss, bei macOS hat man immer noch die Wahl, die Apps auch sonst aus dem Netz zu laden. Bei iOS gibt es ja die Alternative nicht. Ich spreche jetzt nicht über Jailbreaks und solche Geschichten. Der Grund, weshalb ich das 10-Jährige reingenommen habe, damit es nicht ganz so eingebildet klingt, wenn ich zum nächsten 10-Jährigen komme. Ja, der Geek Talk durfte gestern das Mutterformat vom Podcast hier sein 10-jähriges Jubiläum geniessen. Zumindest der Restart, das Podcastformat gab es vorher schon in leicht abgespeckter Version, vor allem auch viel weniger Durchsatz, lag aber unter anderem dann daran, dass wir eben einen Neustart gemacht haben mit neuen Menschen. Zum einen mit der Nadine, dann mit der Vanni, dem Michael, dem Gerhard Schröder, dem Tobi, dem Stefan und meiner Person, die den Podcast da eben vor 10 Jahren wieder auferleben haben lassen und von da weg so ziemlich jede Woche, wenn man das eine oder andere Krankheitsausfall mit rausnimmt, dann abgeliefert haben, plus zusätzliche Interviewfolgen etc. und so weiter. Wer das Podcastformat nicht kennt, soll sich da mal schlau machen, geektalk.ch. Eine kleine Erweiterung, genau, ihr wisst, was ich meine. Ich würde sagen, ich gehe zum nächsten Thema über. Auf jeden Fall vielen Dank an all die Mit-Podcaster und noch viel grösseren Dank auch an die ganzen Hörer, die uns über die ganzen Jahre begleitet haben und uns immer noch runterladen und anhören. Ein weiteres Jubiläum gab es am Samstag, dem 9., also vor zwei Jahren, genauer gesagt 14 Jahre davor, kam Apple, besser gesagt Steve Jobs damals noch auf die Bühne und hat ein iPod, ein Phone und ein Internet-Communicator, das immer wieder wiederholt und gesagt, das seien nicht drei Geräte, wie man es bis jetzt kennt, sondern nur noch eins. Das iPhone wurde geboren im August von dem Jahr, also eben vor 14 Jahren, dann ging es dann auch in den Markt und man konnte es sich bestellen, kaufen und Freude daran haben oder auch nicht. Und das Ganze hat den Markt auf den Kopf gestellt. Es ist nichts mehr wie vorher. Heutzutage kann man alles mit dem kleinen mobilen Gerät machen, was man sich vorher so nie hätte vorstellen können. Also man ist ein Geek wie unser einer, logischerweise. Dann gibt es Neuigkeiten zu WhatsApp. Ihr habt sicherlich schon überall gehört, Nutzungsbedingungen werden angepasst per 8. Februar. Und zwar dann verpflichtend, wer bis dann noch nicht draufgeklickt hat. Spätestens dann kommt man nicht mehr drum herum. Somit der perfekte Zeitpunkt, um dieses Gesacks loszuwerden und auf einen anderen Dienst umzusteigen. Signal, Threema und Wire zum Beispiel würde ich empfehlen. Auf den drei Kanälen erreicht man mich übrigens auch, wer gerne möchte. Weiter geht es dann mit Star. Das ist auch eine News von der letzten Woche noch, aber ich finde es wichtig. Disney bringt seine Erweiterung von Disney Plus auch in die Schweiz. Und ich glaube, Deutschland, Österreich ist auch mit dabei und noch diverse andere Länder. Das Star-Angebot wird neben Pixar, Disney-Geschichten, neben der Marvel und Star Wars und National Geographic dann auf dem Startscreen von Disney Plus sein. Und da bekommt ihr zusätzliche Serienfilme. Das ist eigentlich quasi das Hulu-Angebot, der Dienst, den es leider nie bis hier in die Schweiz geschafft hat. Jetzt aber doch mit Disney im Sack. Das sind Spielfilme, Serien eben in Eigenproduktion von Hulu, aber auch 20th Century Fox, ABC, Freedom und so weiter sind da mit dabei. Da habt ihr ein schönes neues Angebot. Das bedingt aber dann auch, dass der Monatspreis, respektive der Jahrespreis ein bisschen höher wird. Von 99, glaube ich, geht es auf 12,90 hoch und von ungefähr 99 Währungseinheiten, also ich spreche hier von Schweizer Franken, geht es auf 129,90 hoch. Wer möchte, ich werde da auf jeden Fall mal reinschauen, weil ich glaube, da wird das eine oder andere drin sein, was ich schon lange habe sehen wollen. Bin gespannt. Weiter geht es mit Podcatcher-Neuigkeiten und das mal gibt es da welche von Google. Die haben das sehr, sehr spät da erst mitgemischt, dann ein bisschen was aufgeräumt. Dann haben sie neben der Android-App fast ein Jahr später dann auch eine iOS-App gebracht. Und erst vor kurzem konnte man überhaupt über RSS-Feeds abonnieren, ist nach wie vor kein richtiger Podcatcher, um das nochmals festzuhalten. Aber es ist eine Möglichkeit über das Google-Account oder diesen eigenen Google-Account-Podcast anzuhören im Web mit dem Sprachassistenten der Wahl. Also eben dem, ich spreche jetzt nicht aus und quatsche wieder rein. Und auch über die beiden Podcatcher auf iOS und Android. Und der hat jetzt ein kleines Update bekommen. Der Feed schaut ein bisschen anders aus, aber nur marginal. Und anscheinend, laut 9to5-Google, soll eben genau der gleiche auch dran sein, um den Player ein bisschen zu überarbeiten. Da verschwindet zum Beispiel der Sleep-Timer dann in den drei Punkten und dafür kommt das Cast-Symbol, ein bisschen grösseres Bild oder ein grösseres Icon, besser gesagt. Weiter geht's mit Lenovo und das ist ein Teil von den CS-News. Es könnte sein, dass es diese Woche einiges an neuen Technik, neue Technikgeschichten gibt. Denn wie gesagt, CS findet statt, wenn auch digital. Und Lenovo hat ein riesen Feuerwerk gezündet. Ich durfte schon im Dezember reinschauen und weiss eigentlich, was alles kommt. Muss aber hier noch ein paar NDAs beachten. Somit kann ich nur die ersten paar Sachen zeigen. Auch da wähle ich aus, weil es gibt, wie gesagt, extrem vieles Neues. Aber auch Interessantes, das Yoga wird zum All-in-One-PC. Also gab es ja vorher schon, aber jetzt in der AIO 7-Version. Hochkant, querkant, mit integriertem JBL-Speaker etc. Alles mit dabei, was man sich so wünscht. Auch zwei neue Bildschirme wurden vorgestellt. Ein 30 Zoll, ein 27 Zoll und ein 24 Zoll. Wer noch weitergehen möchte, es gibt auch mobile Geräte aus der Tab-Geschichte, also aus der IdeaPad. Mein Gott, Wörter immer. Aus der IdeaPad-Reihe gibt es ein neues Modell, das jetzt 5G oder 4G, je nachdem welches man wählt oder braucht. Schicke kleine Geräte mit eben 5G oder 4G direkt mit SIM-Karte drin und somit auch sehr, sehr gut mobil arbeiten kann. Es gibt neue Geräte aus der Yoga-Slim-Reihe mit OLED-Screens. Das schaut extrem heiss aus, da bin ich gespannt darauf. Und was haben wir noch? Genau, eine neue Brille haben sie vorgestellt, nämlich die Think Reality A3 Smart Glass. Ist eine AR-Brille, keine VR-Brille, sondern eine Augmented Reality-Brille. Und die ist, ich bin sehr gespannt, also ich möchte es unbedingt mal selber ausprobieren, weil da kann man quasi die via Kabel an seinem Notebook anschliessen und dann hat man 5 oder bis zu 5 virtuelle Screens vor sich. Und somit kann man dann auch im Café oder wo man dann gerade ist mit dem Multi-Screen-Setup arbeiten. Das klingt extrem spannend, das will ich haben unbedingt. Das macht auf jeden Fall Spass. Zu guter Letzt habe ich noch zwei Hinweise. Zum einen, weil wir das Thema immer wieder haben, sichere Passwörter etc. Und zum Jahresstart passt ja das unbedingt und vor allem ganz gut. One Password ist ja meine Wahl in dem Bereich. Und da habe ich einen ausführlichen Testbericht dazu geschrieben, wie man das einsetzen kann, was die Vorteile sind, was man da für Möglichkeiten etc. hat etc. Und so weiter und so fort. Und das Ganze ist verlinkt auf daily.keytalk.ca im Podcast für eurer Wahl oder eben da, wo ihr jetzt gerade drauf schaut und den Podcast anhört. Und dann habe ich auch noch verlinkt mein Huawei Watch Fit Test. Das kleine Wearable aus dem Hause Huawei habe ich die letzten vier Monate täglich im Einsatz gehabt. Und dazu habe ich einen kleinen Testbericht getippt. Wer mag, gerne reinschauen. Gibt es auch ein Unboxing-Video dazu. Viel Spass damit. Und euch einen schönen und erfolgreichen Tag für all diejenigen, die wieder Schule haben. Egal ob zu Hause oder nicht. Ich hoffe, unsere auch bald zu Hause. Anderes Thema. Ja, einen guten Start in die Woche. Natürlich auch für all die, die arbeiten dürfen. Und für noch mehr für die, die frei haben. In diesem Sinne, ich bin fertig. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.